Michaela Queringer Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus. Ja, das ist ja geil. Also dann hier vorne melden, wenn er fehlt. Ist das hier? Ja, hier. Michaela, was schmeißt du das denn auf auf die Kühle? Hier, bitteschön. Denn Kasch, ja, das Wasser kannst auch noch rein. Wahnsinn. Ja, ja, die Michaela. Schmeiß mit Schülerpässen, das muss ja. Schöpfen.